Verstärkt wurde diese Erfahrung durch ein weiteres Ereignis in der Höhle von Hara, in die er sich seit Jahren zur Meditation mit Beten und Fasten zurückzog. Dort erlebte er die unerwartete Begegnung mit dem Engel Gabriel. Der Engel forderte ihn auf, ließ und hält ihm eine Schrifttafel vor die Augen mit grünen Schriftzeichen, sagen manche Traditionen. Nach ersten Unsicherheiten von Muhammad und mehrmaliger Aufforderung durch Gabriel lautet dann der Beginn der Offenbarung so. Lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat aus einem Embryo. Lies. Dein Herr ist der Edelmütigste, der durch das Schreibrohr gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Die Offenbarung beginnt mit der Berufung auf die Barmherzigkeit Gottes. Von der Barmherzigkeit geht es über in die wichtigste Aktion Gottes, seine Schöpfertätigkeit. Nicht andere Kreaturen, nicht die Natur und nicht die Engel, nicht die anderen Wesenheiten, sondern nur der Mensch wird als mustergültiges Beispiel dieses göttlichen Schöpferaktes hervorgehoben. Der Mensch scheint hier nicht nur das höchste Ziel der Schöpfung zu sein, er wird darüber hinaus eindeutig als Ziel der Offenbarung hingestellt. Gott tritt hier als Lehrer für den Menschen auf. Der Mensch lernt von ihm, was er nicht wusste. Die zentrale Bedeutung des Menschen wird in aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht, aber auch die Bedeutung der Belehrung einerseits und die Bereitschaft dafür andererseits. Damit war der programmatische Rahmen der weiteren Verantwortung als Prophet abgesteckt. Eine Verantwortung, die über den Rahmen eines Volkes, nämlich des arabischen Volkes, hinausgeht. Hier ist von der Schöpfung und dem Menschen schlechthin, nicht nur von einem Volk, die Rede. Dies bestätigt die Tragweite der Sorge, die Muhammad in all den vergangenen Jahren mit sich trug, aber auch seinen weiten Horizont, der sich nicht auf bestimmte Stämme und Völker beschränkte. Doch brauchte Muhammad längere Zeit, bis er den gewaltigen Eindruck der Anfangsphase der Offenbarung verarbeitete. Furcht, verbunden mit Ehrfurcht, und vielleicht einer gewissen Angst, ob er dieser sehr großen Verantwortung standhalten könne, begleiteten ihn eine gewisse Zeit. Das hatte sogar physische Folgen. So bat er einmal seine Frau, Khadija, darum, ihn mit einer Decke zuzudecken und mit kaltem Wasser abzukühlen. Davon gibt möglicherweise der Koran selbst ein Zeugnis. »O du Bedeckter, erhebe dich und warne und verherrliche deinen Herrn.« So beginnt die als vierte geoffenbarte Suche, welche zugleich die prophetische Funktion als Warner unterstreicht. Ab dieser Zeit sind der Koran und Muhammad nicht voneinander zu trennen. Muhammad identifizierte sich ganz und gar mit dem Inhalt der Offenbarungen. Die Offenbarungen hingegen gaben ständig Antwort auf Fragen und Erfordernisse, die aktuell waren. Das bedeutet, dass der Koran nicht als ein fertiges Buch von Muhammad vorgelegt wurde. Er ist vielmehr innerhalb von 23 Jahren nach und nach dem Propheten eingegeben worden. Viele Hinweise und Bestimmungen beziehen sich daher auf konkrete historische Situationen. Der Koran, arabisch Al-Kur'an, bedeutet das Vorgetragene. Die Chronologie der Suchen und Verse kann man heute zwar wissenschaftlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit rekonstruieren, die für die Muslime verbindliche Form ist aber nicht chronologisch. Sie geht zurück auf den Kalifen Uthman, der nur wenige Jahre nach Muhammads Tod, wahrscheinlich in Übereinstimmung mit anderen Gefährten Muhammads, die bereits vorhandenen Texte des Korans so zusammenstellte, wie wir sie heute vorfinden. Diese Edition beginnt mit langen Suren und endet mit kürzeren, bei vielen Ausnahmen allerdings. Zur textkritischen Beurteilung, die Frage stellt sich sofort und ganz besonders analog zu den Bibeltexten, sei hier die Äußerung des Koran-Forschers Rudi Paret wiedergegeben. Wir haben keinen Grund anzunehmen, dass auch nur ein einziger Vers im ganzen Koran nicht von Muhammad selber stammen würde. Der Text des Korans besteht aus 114 Abschnitten, Surah genannt. Die in diesen Abschnitten enthaltenen Sätze heißen Ayat, wörtlich Zeichen, was man mit Vers wiedergibt. Die längste Sure, Sure 2, umfasst 286 Verse, die kürzeste, Sure 108, nur drei Verse. Ferner werden die Suren in mekanische und medinensische Verse eingeteilt, d.h. solche, die bis Mitte 622 n. Chr. in Mekka geoffenbart wurden, und solche, die anschließend in Medina bis kurz vor dem Tod Muhammads 632 n. Chr. verkündet worden sind. Jord. Werner werden die Äußerung dein Irmischer und Anyway, er wird auch nicht verwoten, ob man mit differenzieren wie advance im такой mehr Geist. Es gibt wohl viele Grundende Anzuresten nur drei weitere bis zwecks, Em Schuss später 1, wir können einen Geist mehr nehmen,